Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play zu dem Nintendo Game Splatoon. Wir sind inzwischen bei Part 3 angekommen und ich bin hier wieder mit dem Lukas, der das Game zockt und ich werde wieder mit kommentieren. Ja, herzlich willkommen liebe Leute und zwar haben wir hier zuletzt unseren Endgegner gemacht. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern an diesen riesigen Stempelwürfel, kann man ja so sagen. Und danach wurde dieses kanonenartige Gebilde freigeschaltet, mit dem wir jetzt eben in die nächste Welt kommen. Jetzt wird uns die Welt kurz in der Overview gezeigt. Und jetzt sehen wir hier oben in der Mitte, dass es hier sechs Elektrowelze gibt. Das heißt also es gibt in dieser Welt sechs Level und die Level sind jetzt eben alle versteckt. Also ich muss hier erstmal die Map wieder einfärben, dass die Levels hier frei werden. So, erstes Level freigestellt. Ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal schnell die sechs Level. Die teilweise wirklich auch etwas, ähm, also schon, man muss ein bisschen suchen, um die teilweise zu finden. Okay, und musst du die Levels da irgendwie nach der Reihenfolge finden oder spielt das keine Rolle? Ne, ne, in der Welt kannst du die Levels wirklich beliebig in der Reihenfolge spielen. Das wird auch jetzt, also ich schalte jetzt hier alle sechs Levels direkt frei. Und dann, das wo ich jetzt zuletzt da stehe, das machen wir dann gerade. Okay, und du musst dann eben alle Levels durchlaufen, um dann den Endboss wieder zu bekommen. Genau, ich muss jetzt, wie ich, diese sechs Elektrowelze retten, dass wir zum Endboss kommen. So, hoch da. Dann haben wir hier noch ein Level. So, und dann haben wir da drüben noch ein Level. Ja, liebe Leute, während Lukas hier das letzte Level noch aufmacht, hätte ich mal eine Frage an euch. Habt ihr bereits Splatoon? Spielt ihr es im Multiplayer-Modus? Wenn ja, könnt ihr ja mal eure Erfahrungen in die Kommentare posten, was ihr zu dem Spiel sagt. Ich meine, es ist ja eine neue IP von Nintendo und, ja, was sagt ihr zu dem Shooter? Gut, ich meine, wir können jetzt für das Let's Play, können wir ja schon so machen, dass wir jetzt nacheinander spielen, die Levels. Ich kann eben jetzt hier auf dem Bildschirm die Levels anwählen. Ja. Ich sehe jetzt hier eine Übersichtskarte der verschiedenen Welten und auch der Levels. Und kann jetzt hier einfach, wenn ich die Levels dann anklick, für einen Tintenfischsprung machen. Den Tintenfischsprung, der ist besonders wichtig, jetzt hier im Singleplayer-Modus ist er jetzt weniger wichtig. Allerdings könnt ihr den auch im Multiplayer-Modus machen und da ist er dann schon relativ, ja, ganz interessant zumindest. Nicht unbedingt wichtig, aber ganz interessant, weil ihr da mit eben zu Freunden auf der Karte jederzeit springen könnt. Was vor allem, wie ich in den letzten Sekunden eines Matches ganz sinnvoll sein kann. Wenn man einfach vielleicht gerade nochmal gestorben ist, dann ganz hinten in der eigenen Basis steht. Okay, da bin ich gerade gestorben. Ganz hinten in der eigenen Basis steht und dann einfach mal schnell einen Sprung nach vorne zu den Kumpels macht. Und auch zum Beispiel diesen Sprung, der Sprung braucht dann einfach eine gewisse Zeit. Auch diese Zeit, wie lange der Sprung braucht, könnt ihr durch eure Ausrüstung verringern. Also die Ausrüstung macht schon sehr viel Sinn. Auf der Ausrüstung sind, ja, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen wie die Perks in Call of Duty. Also es sind eben immer so spezielle Fähigkeiten. Auch von diesen Fähigkeiten gibt es 20 Stück, also 25 Stück. So aus dem Dreh, so 20, 25 Stück. Und es sind halt eben so Sachen wie, dass ihr Tinte schneller aufladet, dass eure Granaten weiter fliegen, dass die Waffen mehr Schaden machen, ihr mehr Aushalt. Aber zum Beispiel ihr auch leichter Gegner in der Tintenfischform sind, erkennen könnt, dass eben ihr nicht so lang tot seid, dass, ah, ja, apropos tot, da bin ich auch gerade wieder tot, dass der Sprung schneller ausgelöst wird, dieser Tintenfischsprung. Also da sind schon wirklich ein paar nützliche Sachen dabei. Was etwas tricky ist an der Ausrüstung, ihr kauft euch die Ausrüstung und habt lediglich eine Fähigkeit drauf. Je nachdem welches Level ihr online seid, könnt ihr dann Ausrüstungsgegenstände kaufen, die noch ein bis drei weitere Slots haben. Und diese Slots, was ihr da für eine Fähigkeit drauf habt, das wird euch voll... Oh, was mach ich denn? Jetzt bist du aber gerade im Sterbemodus momentan. So, ich muss es auch voll, weil jetzt bin ich auch der letzte Versuch. Ja, und diese Fähigkeiten, die ihr bekommt, die werden euch dann vollkommen zufällig zugelost. Was manchmal für etwas Brustkontenzial sorgen kann. Also ich hatte da schon schöne Gegenstände mit drei Slots drauf, wo dann am Ende nur dreimal drauf war, dass die Granaten weiterfliegen. Und was? Hm, naja. Naja. Hat nicht so das Beste ist. So, jetzt schaffe ich es drüber da. Ich wollte so langsam mal einen Checkpoint, denn am Checkpoint bekomme ich... Da ist aber auch schon einer. Bekomme ich dann direkt für einen extra Versuch. Also, wie schon gesagt, generell ist das Spiel auf keinen Fall zu schwer. Hat einen angenehmen Schwierigkeitsgrad. Gerade in der letzten Welt kann es schon mal sein, dass man da vielleicht ein, zwei Levels neu starten muss. Aber eines sollte man gut durchkommen. Und auch Shooter-Neulinge kommen hier gut rein. Generell ist es ja auch vom Ansatz. Also selbst Leute, die mit Shooter wenig Erfahrung haben oder die Erfahrung gemacht haben, dass sie online den Shooter meist auf den Deckel bekommen, sollten sich doch mal das Beton anschauen. Denn auch gerade im Online-Modus ist es hier ein ganz anderer Ansatz als jetzt ein Call of Duty zum Beispiel oder ein Destiny-Halo. Aber da geht es um ganz andere Dinge. Zumindest im Standard-Modus. Es gibt auch hier Modi, wo es dann mehr auf Kills drauf ankommt. Die haben schon mehr halt eben klassischen Shootern nahe kommen. Aber zumindest der Haupt-Modus hier, den man auch so lange spielen muss, bis man Rang 10 erreicht hat online, ist halt wirklich, da geht es nicht, also auf keinen Fall um Kills. Und es geht auch nicht darum, dass ihr es besonders irgendwie genau zielt. Denn im Gegenteil, wenn ihr die Map vollklecksen wollt, ist es irgendwie am besten, wenn ihr eine Waffe nehmt, die möglichst ungenau schießt und möglichst weit streut, weil ihr damit halt eben schön viel von der Karte direkt beklecksen könnt. So, das war Level 4. Tinten-Fontänen-Parcours. Es gab auch wieder eine geheime Karte, hier liest Marco erst recht vor. Diese ca. 2000 Jahre alte Aufzeichnung ist das älteste bekannte Zeugnis der sogenannten Revierkämpfe. Das bekannte Format von Kämpfen, 4 gegen 4, war schon damals fest etabliert. Ja, hier halt eben auch eine Anspielung auf den Multiplayer-Modus, denn im Multiplayer-Modus wird immer 4 gegen 4 gespielt. So, dann machen wir mal direkt unseren Sprung zu Level 5. Und rein da. Das Level heißt Schwamm drüber. Der Name verrät's schon, es geht in diesem Level um Schwämme. Wir haben hier jetzt eine neue Gameplay. Ah ja, hat Spongebob hier einen Cameo? Ja, hier ist er auch direkt. Und was kann Spongebob? In so einem Vorbewegsel wie ein Chameleon. Wow. Und kann auch wachsen. Eben diese Schwämme jetzt, wenn ich mit meiner Farbe draufschieße, werden sie größer. Wenn Gegner mit ihrer Farbe draufschießen, werden sie kleiner. Was in den späteren Level dann ganz schön hektisch werden kann, wenn ihr gerade auf so einem Schwamm steht, die Gegner bekämpft, die auf euch draufschießen. Und ihr immer wieder schauen müsst, dass ihr den Schwamm vergrößert, weil die Gegner den Schwamm treffen, um ihn zu verkleinern. Vielleicht können wir es hier mal sehen, wenn ihr mich jetzt mal anschießt. Dann... Arbeiten wir jetzt den Weg da nach oben. So, Digga, ich schaue mich immer nach hinten um, wenn ich so runter springe, eben wegen den geheimen Karten. Ich habe jetzt nicht mehr alle geheimen Karten genau im Kopf, aber meist kann man sie auch relativ einfach finden. So, der Gegner hier, der könnte jetzt mal gegen den Schwamm rollen, dann wird der Schwamm kleiner. Was, Junge, mach mal. Ja, jetzt, wenn ihr euch meine Tüte rollt... Go for it, go for it. Na, nee, kommt vor allem vorestens. Ja, wir gehen weiter. Wir werden es später noch sehen. Macht euch keine Sorgen. So, immer schön die Kugel einsammeln. Wir brauchen das 500 für unser Waffen-Update. Hier kommt auch der Hinweis von unserem Käpt'n, den ich auch nur synchronisieren darf, dass eben die Schwämme wieder sinken, wenn Gegner darauf kommen. Ja, aber wie gesagt, bisher hatten wir ja noch kaum die Möglichkeit, dass Gegner da irgendwie den Schwamm mal geschossen hätten. So. Hier wieder alles schön einfärben. Hier wieder die Wand hochkommen. Hier sehen wir es vielleicht, wenn die Jungs mal draufschießen, dann treffen sie sich in der Schwamm mit kleiner. Na, dann bin ich runtergefallen. So. Geschafft. Rüber da. Und dann haben wir hier auch schon das nächste Jump-Pack. So. Hier müssen wir jetzt auch aufpassen, weil das ist jetzt eine von den Szenen, die ich hier schon geschrieben habe. Wir müssen jetzt hier auf der einen Seite auf den Schwamm kämpfen. Wir müssen da immer drauf achten, dass wir sowohl die Gegner abschießen, als auch immer mal wieder auf den Schwamm schießen, weil es sonst einfach sein kann, dass uns unter den Füßen unser Schwamm wegbricht, wenn die Gegner dauernd auf den Schwamm rausschießen. Und hier können wir jetzt wieder in eine Kanone einsteigen. Machen wir natürlich auch, wenn es uns hier schon so einfach gemacht wird. Wir müssen hier mal schon alles mit der Kanone abschießen. Wir sind ja auch schon am Ende des Levels angelangt, leider. Uns fehlt noch der Elektro-Bands. Ja, leider habe ich die geheime Karte hier jetzt nicht gefunden. Ich sehe jetzt auch hier keine Möglichkeit, wo sie noch versteckt sein könnte. Ähm, ja, Leute. Entschuldigung, Leute. Es tut mir leid. Es gibt halt in dem Level keine Karte. Mist, dann habe ich ja gar nichts zum Vorlesen. So, aber es gibt zumindest eine Elektro-Welt. So, ich würde sagen, Level 6 nehmen wir noch mit in diesen Let's-Play-Part rein. Definitiv. Das reicht uns von der Zeit noch. Ja, die Karten sind wirklich nur für diese Story-Hinweise da. Also durch die Karten allein tut ihr auch... So, Marco, du kannst was von Captain Kuttelfisch vorlesen. Berühre das Gamepad und... Ich habe meinen Text vergessen. Es tut mir leid. Springe so zu entfernten Kesselportalen. Das ist das, was ich euch ja schon beschrieben habe. Also... So, wir sind jetzt in Level 6. Springen wir da mal hin. Ja, die Karten... Also, anfangs dachte ich, man könnte darüber noch extra Waffen freischalten. So ist es aber nicht. Es gibt wirklich nur diese kleinen Story-Details noch. So. Ich werde jetzt aber schauen, dass ich mir in diesem Level die Karte auf jeden Fall bekomme. Weil es einfach ganz ja, nicht wichtig ist, dass wir die Karten bekommen. Weil es ist ganz lustig, was also draufsteht. Und wie gesagt, meist findet man sie auch relativ einfach und dann kann man sie auch einfach mitnehmen. Na, Kugel will ich noch. Vielleicht haben wir unsere 500 Kugel voll für unser Waffen-Update. Hier haben wir jetzt auch eine neue Mechanik. Bravo! So können wir den... Auf der Propeller-Plattform rumzufliegen macht Spaß! Hui! Allerdings. Ah, es könnte sogar sein... Ne. Ich dachte, dass vielleicht unter der Propeller-Plattform die Karte versteckt ist. Ist sie aber nicht. Hier müssen wir nach unten kommen, dass wir auf die Propeller-Plattform aufsteigen können. Auf, da und hoch. Ganz zu Beginn von Splatoon könnte man sich ja zwischen dem enkligen Jungen und dem enkligen Mädchen entscheiden. Haben die beiden eigentlich irgendwelche Unterschiede oder ist nur die Optik da anders? Nur die Optik wirklich. Also, da gibt es keine Werte. Die Werte kommen dann erst durch die Ausrüstung. Was ich auch ganz gut finde, denn, so viel ich weiß, gibt es Spiele, die Unterschiede... Allerste Kajüte! ...die Unterschiede machen zwischen Frauen und Männern. Aber, ja, ich finde es nicht gut. Also, wenn jetzt plötzlich dann irgendwie, was weiß ich, bei Call of Duty Soldatin, dann, was weiß ich, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen höher hüpfen könnte, weil es leichter ist und dafür der Mann irgendwie ausdauernder laufen könnte, ist für mich schwachsinnig. Ja, nee, ich finde, in einer aufgeklärten Gesellschaft sollten Mann und Frau auch gleich behandelt werden. Ja, so, hier habe ich jetzt die geheime Karte gefunden, aber unter dem Propellerpad können wir hier noch schnell Dinger einsammeln. Dann geht es hier hoch und dann, denke ich, kommen wir auch schon so langsam, auch noch nicht ganz, nähern und langsam mit dem Ende an, aber jetzt sind wir etwas entfernt davon. Was für ein Paradoxon. Ja, was wir auch hier schon sehen. Schön. Gib's zu, du wolltest es nur demonstrieren, das war reine Absicht. Ja, natürlich. So. Drüben, hier die zwei abschießen. Alles kein Problem. Weiter, immer weiter. Ist jetzt wieder so einer von denen, wo wir eine Granate werfen müssen. Oder wir schwimmen einfach mit mir herum, so wie eben. Dann sieht er uns auch nicht. So, jetzt schwimmen sehen wir schon Elektrowells. Aber wir sehen, letzter Checkpoint. Okay, gleich sind wir jetzt beim Elektrowells. So, jetzt wollen wir hier den. Der ist nur bei dir, mein Junge. Über dir ist der Elektrowells. Dankeschön, Käpt'n Kuddelkoddel. Bitte. So, Randa. Das ist wirklich ganz interessant, weil der Tintenfisch gibt uns doch schon einige interessante Möglichkeiten in der Bewegung. Also ich weiß, als letztes Jahr auf der E3 angekündigt wurde, fand ich irgendwie direkt den Tintenfisch am interessantesten, weil er hat mich zu der damaligen Zeit doch etwas an Titanfall erinnert. Was er zu seiner Zeit damals auch mit ja, Movement auf sich aufmerksam macht. Ich will jetzt nicht sagen, neuartiges Movement. Denn das, was man bei Titanfall gesehen hat, oder man hat vorher schon einen Shooter gesehen, aber Titanfall hat auch wieder den Fokus auf Movement gelegt. Und so ist hier halt auch der Tintenfisch. Ich meine, wir hatten schon Shooter, wo man an Wänden entlanglaufen konnte, aber der Tintenfisch ist hier nochmal eine interessante taktische Komponente. So Marco, dein Part. Alles klar. Ähm. Ähm. Moment, ich muss die Brille kurz richten. Das Energieministerium ließ auf einer Pressekonferenz verlauten, dass in naher Zukunft eine Energieknappheit zu erwarten sei. Dies, sowie der schlechte Allgemeinzustand der Untergrundkuppeln, lässt nichts Gutes erahnen. Ja. So, und damit endet dann auch diese Pressemitteilung des Energieministeriums, beziehungsweise dieser Zeitungsausschnitt. Ich würde sagen, wenn ich auf die Uhr schaue, Marco, was meinst du? Ja, es ist Zeit, dass wir uns unsere Pizza reinziehen. Ja. Moderierst du ab? Ja, dann wir bedanken uns mal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Äh. Freuen uns sehr darüber, hoffen, dass es euch gefallen hat. Und nochmal würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst, einen Daumen nach oben und auch in den nächsten Parts wieder dabei seid, wenn wir Splatoon weiterzocken. Bis dahin, wir sagen Tschüss. Ja, bleibt uns treu, Leute, und bis bald. Tschüss.